So, hallo und hallo mal wieder. Wie ihr seht, öffne ich heute wieder ein paar Rubbellose und zwar von Rubbeln und Reisen von Rewe oder eben Einkaufsgeld zu gewinnen. Hier oben ist ja jedes Mal das Einkaufsgeld. Unten sind die Reisen. Da ja morgen wieder Sonntag ist und die zweiten Reisen gezogen werden, muss ich sie ja heute oder spätestens morgen bis 19 Uhr eingeben. Also, hoffe ich mal jetzt, dass ich euch mal einen Gewinn präsentieren kann. Also, fange ich jetzt mal an. Und ihr natürlich postet und schreibt mir weiterhin, wie viel ihr schon gewonnen habt und und und. Ihr wisst ja, das interessiert mich wirklich. Erstens, nichts, wie ihr seht, gar nichts. Nächste Rubbelkarte oder Rubbel los in dem Fall. Auch nichts, wie ihr seht. 10, 20, 20, 10, 10, 50, 50. Nein. Also, wie gesagt, postet ihr mir auf jeden Fall, wie viel ihr schon gewonnen habt. Könnt ihr auch ruhig posten, wenn ihr einen Bekannten habt, der was gewonnen hat. Würde mich auch interessieren, wie hoch der Gewinn war, weil. Ich habe jetzt auch einige Rubbellose schon aufgemacht, Bekannte auch und da ist nichts drin gewesen. 50, 50, 50, 20, 5.000, 10.000, 10.000, ne, auch nichts. Also, bei mir hier im Bekanntenkreis, die haben noch nichts gewonnen. Deswegen hoffe ich ja mal, dass ihr da draußen was gewonnen habt. 10, 10, 10, 10.000, 10.000, 100, auch nichts. Das kann es doch nicht sein. Kommen wir zum fünften Rubbel los. Auch nichts. Aber, ich habe hier noch drei Stück. Ich werde sie mal eben holen. Wollte ich eigentlich erst sammeln, aber hier sind noch mal drei Stück. Die letzten, dann waren es acht Rubbellose von Rewe. Nein, auch nichts, wie ihr seht. Hoffe ich ja wenigstens, wenn ich kein Geld gewinne, dass ich wenigstens eine Reise gewinne. Könnt ihr mir ja auch unten in den Kommentaren schreiben, habt ihr bei der Erstbeziehung schon Reisen gewonnen habt. Würde mich auch interessieren. Nichts. Und jetzt kommen wir nun zu achten und letzten Rubbellose für heute. Allerdings nur für heute, weil die Aktion, die geht ja noch über fünf Wochen, bis die letzten Reisen gezogen werden. Und bis dahin werde ich ja weiterhin auch in Rewe einkaufen und hoffen, dass ich mal Bargeld gewinne und das vor die Kamera euch zeigen kann. Hier ist jetzt drinne. 1.000, 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 1 Wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.